Mein Name ist Peter Vosting, ich habe in Darmstadt Industriedesign studiert und in Köln noch ein Master drangehängt. Mein Fachgebiet ist Produktdesign, Inneneinrichtungen ist mein Faible. Die Auszeichnung als Finalist beim German Design Award ist für mich eine sehr große Anerkennung, vor allem meiner bisherigen Arbeit, wovon die meisten Studienarbeiten sind. Damit kommt es eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt und gibt mir Motivation und zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin.